Samstagabend wieder 19 Uhr, Dennis und Dennis sind wieder am starten, äh testen für euch mal wieder einen Triple A Titel, den ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Und zwar Ace of Spades, wie gesagt, so wie immer in der Videobeschreibung unten die Links und so, wie ihr da drankommt. Wie gesagt, erstmal hier in der Mitte das komplett komplizierte Controls-Menü von VSD-Mootment. Ah, das ist so geil, das Spiel ohne Witz! Ja, man kann hier Red oder Blue joinen, wir machen einfach mal auch Blue und, äh, ja hier zwei Select und gib ihm! Ach, die Fresse! Oh, ich hab's mal rüberkriegt. Load! No, ich bin draufgegangen. Hattel, wie viel aussieht! So, das ist voll geil, sich in die gegnerische Base zu schleichten und dann alles Platz zu machen. Aber ich hab noch nicht so richtig verstanden, was ich mit dem Spaten machen kann, weil irgendwie kann ich damit nicht großartig was machen. Wann wollen wir denn? Also ich kann damit irgendwo draufhauen und ich kann damit so schippen, aber... Oh, ich bin ins grüne Team gekommen. Ja, gar nicht, bin mal gegen Hadi auch gut. Snacken wir den mal weg. Na, ich weiß selbst noch nicht genau, was ich damit machen kann, irgendwie. Aber kann man mit dem Spaten einfach zu machen wegbauen. Ja, aber bei mir funktioniert das nicht, bei mir werden die, äh, Blöcke nur djunkel. Ich hab noch welche weggehauen. Toll. Was ist das da? Ach, das sind Granaten. Warte, das sind immer wieder hier Spiele. Noi. Aber das geht wahrscheinlich nicht, weil ich, äh, genug Blöcke in der Hand habe. Ich kann wahrscheinlich nur welche abbombieren, welche ich gebaut habe. Das probier ich jetzt mal eben kurz aus. Loil. Insert Coin. Sagst du, Bobby, bist draufgegangen? Deine Mama ist draufgegangen, ja. Alter, ich hab voll den Leck hier, was ist das? Ja, das ist echt... Alter, ist doch echt übels am Lecken. Ja, aber das ist immer richtig krass, wenn man so... Du hast ja aber auch direkt damit eine 140er-Ping genommen. Ja. Ich hab nur eine 49er-Ping oben. 56. 75. Die schwanken, was auf jeden Fall, äh, wie gesagt, so Triple H leistert halt am Anfang, die sauer überlastet. Müsst du mit klarkommen, ist quasi, ist quasi wie bei Diablo. Auf jeden, ey. So und nicht anders. Granate! Loil. Da hab ich irgendein'n kleiner Spatten weggesnackt. Mit'n Headshot. Ach, das wurde ein Lock abschnitten hier. Na, jetzt lass mal, jetzt kommt der Hadi an. Ja. Ich werd... Ich werd' dich jetzt mit Ansage töten. Tötest mich nicht mit Ansage. Oh doch. Passt auf, ich hab' dich sofort. Was geht denn hier ab? Puh, Alter. Schlecht... Schlecht sich grad bei uns hinten rein? Ich? Nein. Niemals, oder? Nein, das mein' ich. Wo bist du Nougat-Schnitte, ey? Tja, wo ist der Hadi, die Nougat-Schnitte? Das ist natürlich ne gute... NULL! Ich bin weggeknallt worden. Das ist natürlich ein bisschen Momo jetzt. Ah, du bist ja hast, du versuchst über den Außengang dazukommen, du Nutte. Nein! Natürlich nicht. Wahrscheinlich geb ich hier auch Aim-Bots und all so'n Scheiße. Alles Cheater. Alles Cheater. Alter, ich hab' so derbe Mongolex. Ich hab' ne 130er Finger. Ja, sollen wir mal den Server wechseln? Ja, das geht gar nicht. Ja, okay. Wir wechseln mal den Server, davon muss ich leider die Aufnahmen unterbrechen, weil das ist halt ein Großspiel, deswegen läuft das alles über den Firefox-Browser. oder Internet Explorer, da wart ihr auch immer grad benutzt. Oh, ja. Also, bist du voll. So, weiter geht's. Jetzt könnt ihr auch mal den geilen Ladebildschirm sehen, hier in 16 Farben. Oh, ja. Vielen, ne? Also, auch bei diesen Triple-A-Titeln mal wieder ne absolute Nicht-Kauf-Empfehlung, falls man da Geld ausgeben kann. So, blau oder grün? Ja, blau natürlich, Junge. Ein richtiger Alk... Boah! Ich bin wieder grün geworden. Oh, geil. Ja, ist super geil, die Waffe. Du auch? Du bist auch grün. Ich bin auch grün. Komm mal hoch, grün. So, erst mal bis... Naja, wir... Loll! Oh, ich bin auch zu sehr im Flow drin, dass ich, äh... Ich glaub, was geht mir hinten ab. Alter, ich hab ne 160er Ping. Ich auch. Loll, der hat mich niedergeknüppelt mit ner... mit seinem Spaten. Ist das ein homophobes Arschloch, ey. Loll! 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 Hat der Spack mich weggesnackt! Kann man irgendwie die Klasse ändern? Ey, der Kult gibt mir mit. Alter, was sind das denn für Wichser? Oh, wir müssen spawn killn, weil wir voll die kleinen Nüsschen haben! Du kleiner Pisser, jetzt gehst du drauf, ey. Bekunden? Lass nach! Ach komm, leck mich! Das Chat? Ja, weißt du, wie sie alle am spawn killn sind? Solche Missgestalten, ey. Ich möchte gern... Kann man irgendwie seine Klasse wieder ändern? Ja, auf Punkte oder auf Komma kannst du das ändern. Ah. Oh! Ah, so was ich... Okay. So, du kannst passte, jetzt hab ich dich gebumst, ey. Und du gehst auch drauf. So, Motherfucker, ey. Man kann sogar richtig geil crouchen hier, ey. Leck mich am Arsch. Ich hab gehört, wir gehen uns ja jetzt mal die Insel holen. Ja, ich hab gehört, ich hab voll die geilen Lecks, oder was? Oh, ja. Warte, zieht euch mal dieses detaillierte Fadenkreuz rein. Leck mich an die Kofonus. Warte, wir sind drin. Wo bist du denn? Ah, ich weiß nicht. Ich bin grad in so einem Infiltrationsteam. Wir sind mit so vier Mann... Wie ein Filtrationsteam, sagt er? Ja, mit vier Mann hier. Sind wir grad auf dem Weg in so einen kleinen Bunker rein. LOL, LOL! Das leckt mich an der Weg! Ist das ein mieser Kümmel! Aua. Achja, wie kann ich denn jetzt die Farbe changen? Wenn du am Start hier so rechts rüberläufst... Dann könnt ihr auch irgendwie die Farbe changen. Ja, auch mal Punktenkomma. Ja? Achso, du meinst von den Blöcken. Ja. Alles klar, wir laufen jetzt mal schnell rüber. Machen Infiltration. Infiltration! Ah, der Brom ist da vorne. Ja, das ist klar. Ja, sicher Junge. Da rechts auf dem Berg, da kümmelt einer rum. Ey, ich hab mir gedacht, dann snack ich mir jetzt. Ja komm, ich bin dabei. Ich bin hinter dir. Okay, der ist schon tot. Da ist noch einer! Ah, der weg ist. So. Alles klar, jetzt geht's hier ab, oder was? Wo bist du denn? Der Hardy, du läufst direkt vor mir. Oh! Loll! Hör aufs Maul! Alter, der hat den Aiming! Loll! Wieder zu spawnen. Ja. Was hast du denn jetzt ne Granate hingeschmissen? Wo müssen wir denn hin? Dürft ihr hier irgendwo spawnen? Ne. Ich glaub, wir müssen zu dem anderen Kreuz da, oder so. Boah, Alter, die snipern alle! Ich weiß aber immer noch nicht, wie man die Scheiße hier abbauen kann. Ich geh mal durchs Wasser. Also, wenn du lange genug drauf brauchst, dass du ne Blöcken, dann verschwinden die auch bei mir? Vielleicht mir nicht. Ah ja genau, ey! Wie sie alle am snipern sind, die kleinen Fickgestalten! Nice, er hat ja mich weggesnackt. Ich snack euch jetzt auch mal. Ich hab echt das Spielziel auch noch nicht für ganz verstanden. Ne. Und ja, ich weiß. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch mal wieder schreiben. Boah, das Spiel ist voll geil. Und ich will dich adden und so weiter. Genauso wie wir bei den anderen drei gemacht haben. Tut's nicht. Wir spielen die Spiele nie wieder. Garantiert nicht! Garantiert nicht! Du warst alle stolz! Ich snack mir jetzt die Flagge. Ich komm jetzt von hinten, Junge. Ich komm, ey, ich komm. Ich komm, ey, ich komm. Ja, wobei. Man weiß nie, was für komische Spacken. Guck mal, wie voll der Server her ist. Ja, okay. LOL! Ja sicher! Gibt er mir eine nach der anderen hier, ey. Ich werd jetzt einen snacken. Pass mal auf. Wo ist er eigentlich meine Stut? Oh, ich höre doch. Zwei? 27, zwei? Ja, der kann ja meine Stut nicht sein. Das ist jetzt schon unlogisch. Ich hör ihn doch. Wo ist er denn? Und was halte ich? Vier, drei. Da wurde es sich kommt. Da ist er. Haha, ich will, ich will snipen! Ah, da hat der bei einen ab, kriegt der Trainer, ey. Was für ne Muschi. Huiiii! LOL! Boah, wie sie alle am Snipern sind. Solche Homo-Penner, ey. Die können überhaupt nix. LOL! Ey, der hat... Alter! Jetzt fang ich auch mal an zu snipen. Leck mich doch am Arsch. Ist das ein Wichs. Köppiger Muschi-Kopf. Ja, ist doch wahr, ey. Was ist das denn bitte? Der blondiert sich doch die Schamhaare der Spacken. Ja, oh ja. Das macht der auf jeden Fall. Ja, komm mal an. Die haben auch einen Sneak Attack hier, hab ich gehört. Nice, ey. Oh voll! Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich fang einfach mal Hadi, Hadi Scott wieder hier. Da ist einer! Alter! Ich werd hier die ganze Zeit gewon-hitted, alter! Was ist denn das für ein schwules Spiel? Wie one-hitten die mich denn? So. Weißt du, das geht immer... LOL! Ich bin irgendwo gespawnt, wo die mich direkt am Anfang snacken konnten. Hier, wo hinter uns? Bleh. Oh ja. LOL! Die haben so ne... Die haben uns eingenommen. Infiltriert von hinten. Gell, von hinten? Oder... Echt? Ja sicher, ey. Boah, ihr seid doch alles Krüppelschweine. Ist euch das bewusst, ey? Alter, wie viel Schüsse man mit diesem komischen... Wie machen die denn Headshots, ey? Wie schnell ich nen Headshot kriege? Das ist der Wahnsinn. Spastis, ey. Wo seid ihr, Muschköppis? Alter, haben die echt hier einfach den Turm? Alter! Ich krieg direkt so Dab auf die Fresse. Das ist der Hammer! Keiner Spastis, jetzt mach ich dich platt. Vier Minuten remaining. Alles klar. Ja, wie gesagt, wenn man sich zum Spiel... Wenn man sich auch mal die Grafik uns das anguckt... Ich sag... Die haben bei Minecraft abgeguckt. Und Minecrafts Grafik war ja schon nicht so toll, ja? LOL! Ich hab dir Meta gegeben! Die haben es echt geschafft, die Grafik von Minecraft noch mal deutlich schlechter zu machen. Ja, genau! Wow! Lava! Wie die alle Headshots machen, das musst du dir mal reinziehen, ey, weil wie krank ist das? Ich hab' ne Stub mal wissen. Neun! Ich glaub' ich hab' neun Kills. Oder? Neun Devs? Weiß ich nicht. Neun Kills? Wem glaub' ich denn hier? Margarita? Oder so ähnlich? Ramhacker! Auf jeden Fall! Naja, sicher! Na, weißt du, ich sag' immer nur... Moment, wo kann ich dich hinten? Hahaha! Long to play! Egal, ich hab' dem auch nen Headder gegeben. Oh, da läuft der Hardy rum! Oh, ja! Der Hardy gibt dem da hinten jetzt auch nen Headder! Loll! Ich find' auch geil, wenn man rechtszieht, du, dieser flüssige Übergang in den Zoom! Boah, dass ich jedes Mal die Scheiß wieder neu laufen muss, das kotzt mich jetzt schon an, ey! Das ist fast wie ein Spielgefühl wie bei COD hier. Na, viel. Für Counter-Strike mäßig und so. Oh! Jump! Ja, komm schon! Na, 13 AP, wie kann ich meine AP denn wieder aufladen? Oder muss ich dafür immer zurück? Nee, der muss... Ja, du musst immer zu diesem... Ding jetzt da zurück. Hab' das Spielziel immer noch nicht verstanden. Waren zwölf. Was ist denn? Was ist denn? Boah, da hinten ist einer. Das ist wie im Schützenturm hier gerade. Noch zwölf. Alter, das ist so krank, ey! Gib den mir wieder nen Headder und ich muss wieder von hinten weglaufen! Lollipop! Lollipop! Ja, irgendwie... Komm, wir schreiben einfach mal was rein, sowas wie Muschi... Die Map ist auch scheiße! Cheater. So, nochmal wechseln? Ja! Okay, wir wechseln nochmal für euch, Jungens. Die Map ist echt behindert! Kurz Cut! Der ist gesniperder. Ja, genau. Ladebildschirn wieder und da sind wir wieder. Halli, finde ich Snipern scheiße! Und... Naja, ich mein, bei Triple-A-Titeln ist es halt so, dass immer ein paar eingesessene Pros gibt noch nach Zeit, ne? Ja, oder die einfach anhaben. Genau, die einfach anhaben. Äh, was sind wir? Grün? Ja, blau natürlich. Nee, blau geht nicht voll, lass grün gehen. Ja, okay, grün. Ja, Maschinengewehr natürlich, ne? Oh, ja. 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 Mal, das sieht doch geil aus hier. So. Ich hab mir richtiges vor. So was will ich sehen. Das ist wie Fort Musch hier, ey. Für jeden. Jetzt können wir direkt mal über die Brücke dahinten. Ja, Moment, lass, ich warte auf mich. Ich komm mit. Na, da schreibt noch ne Hai. Na, da schreiben wir mal zurück. Wie schreib ich denn? Alles klar, hat die halt an oder wat? LOL! Ist das ein mieses, fickgesichtiges Arschloch, wa? Wie ich ihn hasse, jetzt schon. Der ist einfach ein kleiner Wichskopf. Wie kann man eigentlich so ein mieser Cheater sein? In so einem Spiel, so es gibt gar nicht genug kleine Pimmel auf der Welt, die der lutschen kann. Ich hab grad erst mal zwei Stütten derbe weggesnackt. So wie ich das gehört. Ganz links über das Wasser geh ich. Echt? Ich geh mitten durch. Na, dann schnapp ich mir sofort meine Gülle. Shovel hier. Und dann stack ich mich einfach an das Haus da rein. Hui! Ja, fäng dich doch, du Affengesicht! Hässlicher Bastard. So, und wieder durch die Mitte. Wie sie da alle sitzen, die kleinen Camper? Okay. Leuch, bin ich dumm. Wo rennst du lang? Links, ich brauch grad mir so einen Turm nach oben. Und steck ich dir jetzt gleich quasi von oben. Und steck ich dir jetzt gleich quasi von oben. Da, ich bin auf der anderen Seite glaub ich. Oh Gott! Ich hab ne Granate neben mir fallen lassen. Gebe ihm! Alles klar. Wir gehen noch mal kurz auf die andere Seite. Ich hab mich grad eben nicht rausgefunden, dass hier in der Mitte so eine Art Schlachtfeld ist. Da laufe ich jetzt links dran vorbei. Und dann steck ich die von hinten. Boah! Bin ich ein König oder was? Du bist ein Mongo-König, ja. Oh, ich bin der Mongo-König. Boah! Geil! Hab ich an oder was? Ich hab einen Kill. Machen die schon zwei? Passt, ne. In den Türmen sitzen die Wichser. Aber jetzt ist auch gleich bei denen in den Türmen drin. Ich hör sie doch, wie sie alle planten, ey. Wo sitzen die denn? Bärm, ich bin bei denen drin. Ist das geil, oder? Ich hör auch, wie die... Hm. Leute, hier ist quasi ein Turm von denen vollkommen infiltriert. Ah, ne Pussy, ey. Da hab ich dich am Arsch gekriegt sofort zum Gesicht. Ich hab einen Gang gefunden, der komplett von denen unten in die gegnerische Base geht. Ich renne jetzt grad unterm Schlachtrecht durch. Ihr Mongo-Kotzen, Alter. Oh, guck mal, wie ich grad abgehe, Hardy. Zieh dir meine Stats rein. Leute, ach, du bist das da oben? Ja, ich bin da bei denen in der Base. Ja, ich bin auch bei denen in der Base. Boah, jetzt hat er mich weggesnackt, ey. Leck mich am Arsch. Der hat er an. Da ist Hardy, Hardy ist auch tot. Ja. Einmal geht noch rüber, sagste. Ja, weil, ja komm mal mit. Ich zeig dir den Geheimgang, wo du einfach in die Base reinrennen kannst. Ja, und. Lol, Leck. Wo bist du denn? Ich hab grad einen Leck. Klient-Exte funktioniert nicht mehr. So, da sind wir wieder. Und ja, passiert schon mal bei einem Triple-A-Titel. Das sind halt so Höllen-Maschinen, die man da verbraucht hat, vernünftig zu spielen. Seine habe ich halt nicht. Da stürzt ein Spielchen auch schon mal ab. Jetzt bin ich wieder an der gegnerischen Base drin. Jetzt geht es richtig auf die Fresse. Oh, da vorne kommt gleich noch einer. Bam, hab ich ihn gesnackt im Headshot. Das würde mich so aufregen, wenn ich die ganze Zeit Headlies kriegen würde. Boah, da ist einer. Ich werde mich jetzt schön in den Turm reinbuddeln. Von den? Hahaha, Spotkill for the win, Junge. Der linke oder der rechte? Der, der linke. Flo, da hat er mich ja gesnackt. Na gut. Das Problem ist, was mach ich denn, wenn ich keine Muni mehr hab? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir bezahlen an dieser Stelle für ein Fazit, findest du nicht? Ich weiß nicht, Hadi, was denkst du von dem Spiel? So auf einer Skala von 1 bis 1 Million? 1 bis 1 Million? Ja. Na 5? Hahaha. Das Spiel ist schon ziemlich crap, aber... Ja, ich mein, ich sag mal so, wenn ihr... Und wieder platt gemacht, was für Mongos, ne? Wenn ihr wirklich gar nichts zu tun habt, ja, und ihr nicht mal an euch selbst rumfummeln wollt, dann könnt ihr das Spiel spielen. Ah, auf jeden, ey. Dann ist halt was für euch. Ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, äh, is umsonst, kosten nix, is auch nix. Also... Das stimmt wohl. Ich mein, das ist auch natürlich ein bisschen traurig. Normalerweise sind AAA-Title natürlich auch die Titel, die sich auf jeden Fall verkaufen wie geschnitten Brot. Oh, ich hab noch gerade warten jetzt. Pass mal, ich mach jetzt... Na komm, ich komm auch noch einmal schnell rüber zu dir. Ich kann jetzt sofort bei den links im Turm wieder. Mach ich noch mal schnell rüber. Ja, hier, hier kommt, hier kommt gerade einer hoch. Der will mich, glaub ich, snacken. Jump. Okay, jetzt bin ich nochmal bei den Bass drin. Mal gucken, wo wir uns mal hier nochmal... Ich bin so ein scheiß Basecamp-Raber. Ich bin so ein Mongo. Oh, ne Witz. Oh, ich steh drauf. Oh ja, ich auch. Hä? Oh Gott, ich schnack hier jetzt nochmal irgendwo einen weg, der hier steht. Oh Gott! Hab ihm einen Header gegeben gemacht. LOL! Na, okay. Mit dir im Death, würd ich mal sagen, banden wir die Aufnahme hier. Vielen Dank, dass du noch... Was, wir hören schon auf? Ja, auf wie? Oh, jetzt bin ich auch tot. Haha, ich bin voll im Flow. Du warst bestimmt der dumme Camper auf dem Turm, oder? Ja. Ich hab dich gesehen, ich stand unter dir. Aber nicht, dass ich Spawn-Camping gemacht hätte. Ja, komm, ein Kill. Ah, komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Ja, komm, einer geht noch. Ein Kill geht noch. Schnell mal rübermarschieren. Sack an der. Marschieren! Ach, ne. Wir müssen doch mal paar Nades schmeißen, oder? Witz. Ja, seht euch mal die geilen Schatten-Effekte auf Distanz an. Boah, ich höre so schon, wie sie sich bei uns unten durchbuddeln wollen, ne? Geht mal schnell bei denen Spawn-Campen, oder? Du hast dich eigentlich in den Turm da gebuddelt? Das will ich jetzt sehen. Ich will da auch rein. Ich bin unten, ich bin unten. Da bist du schon wieder bei denen in dem Turm drin? Nee, grad nicht. Ich muss jetzt erstmal in den Gang von denen kommen. Ich hänge mich fest. Hä, haben die denn zugebraucht, die kleinen Wixer? Ja genau, ey! Weißt du, der schießt einmal und gibt mir einen Headshot. Was sind das für kranke Wichser einfach? Ja, okay. Jetzt sitzt weiter. Ja, einer geht noch, hab ich gehört. Ja, okay, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Das Spiel fickt einen voll an, ey. Oh Gott. Okay, komm, kriegt 10 von einer Million Punkte, ist okay. Ja, okay. Einer geht noch. Die Grafik, die kann natürlich überhaupt nichts und so, aber es umsonst wenigstens. Äh, ihr habt alle kleine Himmel. So. So. Naja, und dann sag ich mal wieder mit dem Sender. Wohl gern in Abendsprache. Mal sehen, ob hier ein Deutscher am Start ist. Boah, jetzt bin ich sofort im Turm oben. Das ist gerade auch hier, wo quasi Modo auch eingesperrt wurde. Aha. Ne, bin ich gar nicht. Gibt es eigentlich so weit wie Fallschaden? Ja, aber ich glaub nur sehr gering. Ne, gar nicht. Ich bin grad vom Turm gejumpt. Hehehe, da hab ich ihn doch schon wieder gefunden. Okay, komm schon. Man zieht euch auch mal diese geilen Soundeffekte rein, ja? Ich verstehe das gar nicht. Na, ha, 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 da hab ich ihn erwischt, den kleinen Mixer! Ja, ha, 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 ha. Ja, ich wüld mich grad in den Turm rein. Ich hab echt keinen Ahnung, wo ich gleich hier auskommen habe. Echt? Ich lauf gerade durch deren Geheimdiener durch. Da ist mal wegen. Was ein kleiner Wichser, ey. Sie alle einfach keine Schnitte haben. Ach, da bist du ein kleiner Drecksack. Übernie! Oh mein Gott! Du musst zwei HP, Junge. Der hat eine Granate gezogen, Junge. Oh Leute, das wird noch mal spannend hier mit meinen letzten zwei HP, die klappt. Ich hab noch Leute, ich hab noch ein HP. Okay, jetzt muss ich mal. Ja, Hammer, geil. Na okay, jetzt ist es vorbei. Ey, wirklich, ey, das Spiel kann man sich ja nicht die ganze Zeit antun. Oh scheiße, ey, ich kann nicht aufhören damit. Ja, okay, mir egal, aber danke fürs Zuckucken. Jetzt kann ich mir echt die ganze Zeit antun. Na komm, ein Kill geht noch, okay. Nein, einer geht noch, dann ist aber wirklich Schluss. Ja, dann ist echt Schluss, einer geht noch. Komm, wir gehen jetzt nochmal zurück, kommen wir drüben in die Base rein. Wo bist du denn? Ich bin unten in den Tunnel reingegangen. Moment, du musst mir sagen, wo das ist. Ja, komm, dann komm her, du Mongo. Ich stehe bei uns quasi. Ja, du musst durch die Mitte laufen. Komm her, du Pissgeset. Du stehst in der Mitte quasi vor der Treppe. Ja, ja dann weiter. Wie weiter, wo ist das Schlachtfeld laufen? Achso, ja achso, ich muss erstmal oben. Hier bin ich, du Mongo. Ne, das bist du, lol. Bist du, du verdammt nochmal. Ich lauf grad durch die Mitte von unserem Spawn. Ja, genau, ja da kommst du wahrscheinlich. Du weißt, dass du auch auf Umstadt rennen kannst, ne? Oh ja, das wahrscheinlich wusste ich das. Ja, hier, komm, komm du Mongo. Ja, ich bin dabei, alles klar. Ja, da ist schon einer. Der wartet auf uns. Da ist einer. So, ja, ganz souverän, Junge. Ganz souverän. So, weiter geht's. Ja, ich hab mal einen abgekriegt. Ja, ich krieg auch Damage. Ich weiß nicht warum. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? So, wir sind jetzt sofort in der gegnerischen Base. Alles klar. Aye, aye, komm, Mann, da. So, jetzt muss ich das Skill auspacken, sagst du? Jetzt musst du deinen Skill auspacken. Ah, hab ich schon einen weggepustet. Genauso, wie sich das gehört. Ich will an den Turm rein. Ah, hab ich wieder einen. Ja, wir müssen hier lang. Aua. Ich geb uns Rückendeckung. Okay, ich bin durch. Ah, ich krieg Damage, weil ich in deren Base drin bin. Oh. Leute, ich krieg die ganze Zeit Damage. Ne, ich nicht. Ich hab 45. Ich krieg die ganze Zeit Damage. Springen mal. Lol. Jetzt weg? Nö. Und jetzt? Wahrscheinlich, weil ich am Spawn... Ja, komm, ey, dann werde ich jetzt weiter Spawn campen hier, solange ich noch lebe. Ah, den auch noch weg. Den da hinten auch noch weg. Ähm. So, komm, spawnt ihr dummen Wichser. Dann mach ich euch alle platt. Vielleicht bin ich auch vergiftet oder so. Boah, Alter. Da hab ich noch einen mitgenommen. Okay, jetzt bin ich down. Ja, komm, jetzt lass uns das Crap-Game gebanen. Oh, ich leb noch. Ich hab 23 Kills, Junge. Du hast sieben. Das ist voll der Mongo. Ich hab auch an Disconnect gehabt. Alter, das weiß man, Alter. Ich bin dran. Jetzt kann ich auch nicht aufhören. Ja, doch gleich. Ich komm nochmal eben kurz zu dir. Sobald ich sterbe, ist hier vorbei. Aber ich werde nicht sterben. Dann stirbt nicht. Genau, ich werde einfach nicht sterben. Gern fach in den Turm rein. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ja, keine Ahnung. Alter, was ist das denn hier für ein Bullshit einfach nur? Leute, schießt ihr irgendwas auf mich? So, ich bin jetzt sofort wieder da. Hat der daneben geschossen. Nice, ich bin auf der Mauer. Jetzt sofort bin ich auf dem Turm drauf. Ja, ich komme. Alter, ich brauche mal eine Schaufel. Ah! Wo sind sie denn alle? Wuuuuh! Ah, Bobby, Baby, Bobby, man, ey. Nein! Alter, wie sie dir auch alle sofort einen Headshot geben, das ist ein alles fucking Hacker, ey. Ohne Witz. Ah, ich bin hier oben noch. Ah, jetzt bin ich tot. Ah, ist klar. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem AAA-Titel. Oh ja. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche Samstag um 19 Uhr wieder einschalten. zu Trash Night mit Dennis und Dennis. Haut rein. Wie ist denn das da hochgegangen? Okay, komm, einer geht noch, sagst du? Ist ja immer noch in-game. Du doch auch! Ich kann nicht aufhören. Na, komm, einer geht noch, aber das ist echt der Letzte jetzt. Der ist wirklich Schluss. Ich muss ja eine zweite Folge aufnehmen. Ja, wirklich. Ich meinst du, Trash Night darf ja nur eine Folge lang sein. Nein! Ich bin tot. Oh Mann, das ist aber unfair. Ja, aber jetzt müsstest du eigentlich aufhören. Aber einer geht noch, sagst du? Ja, einer geht noch. Ja, komm, ich warte kurz in der Mitte. Ich bin hier quasi am Tunnel-Eingang. Lass mal links außen lang gehen. Links außen? Alles klar. Ja, und dann spawnen campen eine Runde. Ich versuche gerade nach links außen, da es natürlich auf der anderen Seite ist. Ja, ich renne jetzt hier über die Häuser, weißt du? Ach so, ja. Ja, ich laufe immer noch durch die Mitte. Durch die Halssähe. Jetzt ist doch einer, oder? Ich höre doch die ganze Zeit wieder hier rum. Ferkelt. LOL! Was? Ja, jetzt habe ich einen auf die Fresse gekriegt. Na, komm, jetzt ist aber vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ey, was denn? Ich bin doch nicht tot. Ja, stimmt. Hadi ist da oben noch auf dem Gebäude. Ah, komm, ich gehe jetzt schon mal schnell zu Hadi. Alles klar, einer geht noch. Du, ich glaube, du kannst... Kannst du ja auch beim Jespo? Ja, ne? Ja, ne, solche... Solche Komplexitäten kennt das Spiel, glaube ich nicht. Okay, das ist jetzt wirklich der letzte Dev. Falls wir sterben sollten. Ich meine, wir sind ja schon richtig awesome. Ich meine, das Spiel macht das auch ganz geschickt, das hat keine Devs anzeigt. Ja, so kann auch jeder Bob irgendwie... Was reißen. Was reißen. Oh, ja. Oh, Hadi, du stehst da. Ganz gefährlich. Leute, jetzt bin ich ja gesnappert worden. Guck mir dir nochmal kurz beim Kacken zu. Ah, da hat er sich mit dem Falten. Leute, ich bin tot. Da bist du tot. So, jetzt ist es vorbei, Jungs. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Oh, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's... Nein. Scheiße, Moment. Nochmal.